Nachdenkseiten Die kritische Website 80 Jahre Steck. Er war einmal ein herausragend kritischer Begleiter der Politik. Heute ist er ein Symbol des Versagens der Intelligenz und ein Förderer des Niedergangs der SPD. Von Albrecht Müller Schade, ich hätte ihn gerne vorbehaltlos zum Geburtstag gratuliert. Denn von diesem Heidelberger Grafikdesigner, Juristen und Karikaturisten stammen wunderbare Werke der Aufklärung. Der WDR berichtet hier Plakate von Klaus Steck in Essener Ausstellung, WDR YouTube, verlinkt auf unserer Website, über eine Ausstellung und interviewt Klaus Steck. Respekt für das große Werk und dafür danke. Wir haben oft zusammengearbeitet. Diese wunderbare Headline stammt zum Beispiel von ihm, im Himmel CDU, auf Erden SPD. Damals, vermutlich in der ersten Woche des November 1972, saßen wir in unserer Bonner Wohnung beim Abendessen. Ich berichtete davon, dass der Spiegel Verlag allen Parteien eine Doppelseite im Heft für eine Anzeige geschenkt hatte. Wir überlegten dann gemeinsam, was die Botschaft sein sollte. Es war damals erkennbar, dass die SPD aus dem tiefen Tal der drohenden Niederlage mit 51 Prozent für die CDU-CSU im September herauskommen könnte. Die Stimmung hatte sich gedreht. Klaus Stecks Vorschlag für die Headline saß. Sie erschien dann am Montag der letzten Woche vor der Wahl am 19. September. Auch der Anstoß zur Entwicklung der Nachdenkseiten geht indirekt auf ihn zurück. Ende Oktober des Jahres 2000 machte er mich am Telefon darauf aufmerksam, dass in Bonn gerade die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von den Metallarbeitgebern ausgestattet mit 100 Millionen D-Mark an den Start gegangen sei. Da müsse man doch etwas tun. Wir waren uns einig, dass die IG Metall oder der DGB dagegenhalten müssen. Dann hatte ich Anfang 2001 im Zusammenhang mit Gesprächen mit der IG Metall die Idee, eine kritische Internetseite aufzubauen. Ich versuchte, mit Hinweis auf die INSM, die genannten Gewerkschafter als Mitträger zu gewinnen. Der Anstoß, etwas zum Aufbau einer Gegenöffentlichkeit zu tun, kam von Klaus Steck. Klaus Steck war über lange Zeit auch führend in der Kritik der Medien. Sein Aufkleber zu Gerhard Löwenthal's ZDF-Magazin zum Beispiel zierte so manches Fernsehgerät. Mit einem Foto von Löwenthal und dem Text Achtung! Bedienungsanleitung beachten! Abschalten, wenn dieses Bild erscheint. Quelle klaussteck.de Die Nibelungentreue des Klaus Steck und seiner Freunde hat den Niedergang der SPD befördert. Als seine Partei, die SPD, dann 1998 mit Gerhard Schröder als Bundeskanzler wieder die Regierung bildete, als sie dann den Krieg in Jugoslawien mitbetrieb und dann die Agenda 2010 durchsetzte, blieb die notwendige harte, kritische Auseinandersetzung von Seiten Stecks genauso aus wie von Seiten anderer Intellektueller. Günter Grass, Oskar Negt und Johanno Strasser zum Beispiel signalisierten Unterstützung. Spätestens da begann der massive Abstieg der SPD. Wo sind denn die Plakate zu Gerhard Schröders Aussage, er habe den besten Niedriglohnsektor aufgebaut? Wo sind die Steckplakate zum Jugoslawienkrieg und zum Beispiel zu Rudolf Scharpings kriegsbewundernden Auftritten in Pressekonferenzen des Jahres 1999? Wo sind die Postkarten gegen den blöden Spruch von Peter Struck, damals Verteidigungsminister, Deutschlands Sicherheit würde am Hindukusch verteidigt? Wo ist das Plakat gegen die Riester-Rente? In der Tradition der berechtigten, fundamentalen Kritik an dieser Gesellschaft, wie sie etwa im Steckplakat zur Mutter von Albrecht Dürer zum Ausdruck kommt, hätte Steck spätestens zum 01.01.2002, dem Beginn der Riester-Rente, etwas zur daraus wachsenden Altersarmut machen müssen. Wo bleiben die Plakate zu Schröders Programm und Parole zur Auflösung der Deutschland AG? Wozu seinen Steuergeschenken an die Großkonzerne? Gibt es etwa satirische Postkarten zum Beziehungsgeflecht Schröder-Maschmeier? Die Nibelungentreue des Klaus Steck hat ihn auch noch dazu verführt, im Sommer vergangenen Jahres einen Aufruf zugunsten des Spitzenkandidaten Martin Schulz und seiner Rest-SPD zu verbreiten, obwohl es keine sachlichen Gründe für diese Unterstützung gab. Entsprechend dürftig ist der damalige Aufruf ausgefallen. Die Nachdenkseiten hatten davon berichtet. Verlinkt auf unserer Website der Text. Dass wir bei der Bundestagswahl keine Alternative haben, verdanken wir auch sogenannten Linksintellektuellen. Günter Grass, Eppler, Steck, Negt, Strasser und so weiter. Wenn Klaus Steck, Oskar Negt, Günter Grass, Friedrich Schorlemmer, Johanno Strasser und andere Intellektuelle die SPD davor gewarnt hätten, wichtige Grundwerte und Basisvorstellungen zu verraten, dann hätten die jeweiligen SPD-Führungen von Schröder über Müntefering bis Steinmeier, Gabriel, Steinbrück, Schulz und Nahles dreimal überlegen müssen, ob sie den Pfad der totalen Profirlosigkeit wirklich gehen wollen. Dann hätten diese Führungspersonen vielleicht noch einmal darüber nachgedacht, welche Bedeutung Aussagen wie Klaus Steck hat nach der letzten Bundestagswahl noch einen draufgesetzt. Zusammen mit dem Schriftsteller Bernhard Schlink hat er am 28.11.2017 einen Text veröffentlicht, den man verlinkt auf unserer Website findet. Die Überschrift lautet, Zitat, 2 plus 5, ein Vorschlag zur Diskussion von Bernhard Schlink und Klaus Steck. Zitat Ende. Es geht dabei um die Frage, große Koalition oder welche Lösung sonst in Frage käme. Ich zitiere die beiden letzten Absätze. 2 plus 5, nicht vier weitere Jahre wie gehabt, sondern zwei Jahre, in denen fünf zentrale sozialdemokratische Ziele zu erreichen sind. Jetzt nicht abwarten, was Merkel anbietet, nicht vorführen, was sie akzeptiert, keine Sondierungen und Koalitionsgespräche mit dem bunten Strauß von Zielen und Wünschen, sondern mit fünf zentralen sozialdemokratischen Zielen ein klares Profil. Zwei Jahre, damit wären Neuwahlen und eine Minderheitsregierung vom Tisch und damit genügte die SPD ihrer Verantwortung für Stabilität. Fünf Ziele, damit gewinnt die SPD wieder das Profil, das die Jusos, die Parteibasis und die Wähler und Wählerinnen vermissen und das die SPD braucht. Welche fünf Ziele? Die Bürgerversicherung, eine Bildungsoffensive, ein Einwanderungsgesetz, eine Steuerreform und mit Macron Europa gestalten. Wenn nicht diese fünf, dann andere. Darüber, welche sozialdemokratischen Ziele jetzt zentral sind, sollten wir in der SPD diskutieren. Nicht über die Vorsetzung der Großen Koalition wie gehabt, mit ihr geht es nur weiter abwärts. Zitat Ende, Bernhard Schlink, Klaus Steck. Da wird als fünftes Ziel von deutschen Intellektuellen ernsthaft empfohlen, mit Macron Europa zu gestalten. Das ist unbegreiflich. Dass Frau Merkel mit Macron gut kann und will, das kann man ja noch verstehen. Dass aber Intellektuelle im Umfeld der SPD sich eine solche Fehleinschätzung leisten, das ist schon nicht mehr akzeptabel. Vielleicht findet Klaus Steck nach den Geburtstagsfeiern mal die Zeit, diesen von den Nachdenkseiten übersetzten, und am 6. Juni 2017 publizierten Artikel der belgischen Sozialwissenschaftlerin Chantal Mouffet zu lesen. Macron als höchstes Stadium der Postpolitik. Verlinkt auf unserer Website. Haben die beiden Autoren Steck und Schlink nicht mitbekommen, dass die Zusammenarbeit mit diesem französischen Präsidenten vor allem auch dem Zweck dient, gemeinsam militärisch aufzurüsten und die Europäische Union zu einer Militärunion zu machen? Haben sie seine neoliberale Grundeinstellung nicht mitbekommen? Und die Art der Unterstützer, die Macron in Frankreich hatte und hat? Klaus Steck kommt aus der DDR und hat dort offensichtlich Schlimmes erlebt. Dass dies heute noch sein Denken bestimmt, ist schade. Eigentlich hätte er gerade auf diesem Hintergrund dieser Herkunft das Potenzial gehabt, der SPD klarzumachen, dass sie ohne Zusammenarbeit mit anderen Kräften auf der linken Seite einschließlich der SED-Nachfolge voraussichtlich nie mehr eine kanzlerfähige Machtoption erwerben wird. Statt Martin Schulz irrlichten zu lassen, hätten Leute wie Klaus Steck spätestens hier und eigentlich ja schon bei Steinmeier und bei Steinbrück und auch bei Schröder klar machen müssen, dass die fortschrittlichen Kräfte nur noch werden punkten können, wenn sie sich verständigen, vielleicht zwar getrennt marschieren, aber vereint schlagen, vielleicht sogar irgendwann auch wieder vereint marschieren. Das wäre übrigens eine Aufgabe, die sich der 80-jährige Jubilar noch vornehmen könnte. Die handelnden Personen kennt er. Einmal im Leben bisherige Vorurteile noch einmal hinter sich zu lassen, eigentlich eine schöne Aufgabe für den Rest des Lebens. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.